da kommen wenn du hoch genug springen der hüpf mal flieg los aber fast geschafft flieg wo bist du weg auf der erde ja so wie brauner zwei hallo wir brauchen noch wir brauchen noch zwei erde eine habe ich schon immer hier und zweite sind mache und dann auf eisen tun wir nicht upgraden wir brauchen steinexter und wir brauchen kohle zum anfeuern auf jeden fall damit schon mal anfängt zu laufen überhaupt hier habe ich hier und zäune aus als mauer machen oder wir wollen ja eigentlich obsidian decke machen damit die meteoren nicht auf uns knallen können das war der plan ich muss damit ich die nicht wieder auf den kopf kriege muss gucken ob der richtig rum ist der ist nicht richtig rum der ist falsch rum rechts hä ich glaube ich zieht er sich immer nur in eine richtung ja jetzt wird sich immer ausrichten nach einer richtung der ist komisch dann bau ihn hier hinten hin alles klar dann bau ihn dahin guck mal hier warte ja nein geh weg geh weg du haust mich nein 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 geh weg hilfe hilfe okay so ähm ja jetzt passt es ja da richtet sich immer nur nach einer richtung aus also schwierig so ähm upgrades wir brauchen range 5 ne ja ja ich glaube zwei upgrades brauchen wir da eins ich kann nur ein machen wie fehlt mir fehlt es an stein gebrannte oder was ja hast du noch gebrannte in der kiste liegen noch 13 sehr schön so ich glaube das waren zwei dass wir auf fünf kommen oder war das nur auf drei ich weiß nicht hast du noch holzkohle über ich habe sechs in der tasche die wollte ich jetzt eigentlich gleich hier rein kippen okay oder was war dein plan ja sonst hätte ich das sieb wieder angeschmissen aber das ist wichtiger da draußen nein du musst dahin achso hä du kommst da oben hin so planting macht er tatsächlich yeah ja ich würde mir mal testen alles klar gut geht nicht so aber ich glaube wir brauchen für deine farm noch ganz schön viel redstone ähm warum transfer notes achso okay das stimmt allerdings jetzt einen ofen habe ich schon ähm babe bababab theoretisch müssten wir die endermann aber töten wegen der ender perl Dann würden wir vier Stück rauskriegen gleich. Vier? Bist du dir sicher? Statt dem Redstone-Block machst du einfach die Ender-Perle rein und dann kriegst du vier Transfer-Notes raus. Stimmt. Ja dann, äh, hau ihn halt, ne? Du hast ein Schwert. Wer macht denn ein Schwert? Ne, lass mal. Ich mach dir mal Redstone-Blöcke. So wie ich mich kenne, äh, hau der mich. Kaputt. Und ich brauch wieder Sauerstoff. Ah, ich arbeite zu viel. Das ist das Problem. So, ist wieder voll. Hey, steht da noch Range 5. Warum blendet denn der keine mehr? Hat er keine Setzlinge mehr? Doch, hat er. Okay, ich probier's nochmal. Warte, so, ja. Geht nicht, ne? Ähm. Wo lang ist er jetzt ausgerichtet? Wo lang ist er jetzt ausgerichtet? Der nach hier hin, oder? Äh, die anderen Seiten sehen genau gleich aus. Außer die hier. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, dass du da bist. Aha, aha, aha. Flieg! Müssen wir den in die Mitte setzen? Könnte auch sein. Range 5 Kohle rein Zepplinge rein Axt rein Was heißt bei denen Range 5 Muss ich da noch mehr Upgrades reinpacken Naja, hierhin macht er 2 Hierhin macht er 1 Ganz merkwürdig, was der da tut Warte, ich mach noch mehr Hier Ich kann ja noch einen machen erst mal Range 7 Jetzt sind 2 dazugekommen Kann das sein, dass das die Anzahl ist? Ne, das kann nicht sein Vorher standen mehr Der ist irgendwie sehr komisch Dieses Gerät Weil jetzt wartet der, wenn ich die jetzt rausnehme Kann ich die da ansetzen? Ne Das heißt, der hat doch Da steht doch Range 7 So Und der steht auf einer 5x5 Fläche Eigentlich müsste er dann doch alles machen können Ja, eigentlich doch schon Warte mal, ich hab noch Ich hab noch ein paar Steine gemacht Dann machen wir eben halt so lange ab Ne, hab ich nicht Die Steine In der Küste sind glaube ich noch welche Ich wollte gerade sagen Die Steine sind irgendwie weg Dann mach ich jetzt noch 2 Upgrades Mal gucken Ja jetzt, jetzt hat er wieder 2 gesetzt Jetzt hat er wieder 1 gesetzt Das heißt, die Anzahl Von den Bäumen Die er machen kann Das verwundert mich Baut er das jetzt auch ab? Sollte er eigentlich Oder braucht er eine Kiste obendrauf? Eigentlich hat er ja noch ein Inventar Stimmt, der hat ein Inventar Der braucht keine Kiste Gib mir meine Kiste wieder Los Ähm Der steht Hallo Der steht im Bauern Hallo Da ist er Also der Harvester war zuverlässiger Ich verstehe Ich verstehe das Teil nicht Das ist irgendwie sehr, sehr komisch, du Dann gehe ich doch lieber hier Per Hand wieder meine Machen wir irgendwas falsch? Ich schau mal Ich weiß nicht Ich gehe zu meinen Sogar Keins Ja, ich glaube auch Der hat einen eigenen Willen Der ist gegen uns Eindeutig Durch die Nummer Ich setze Ich reiße den jetzt nochmal ab Und setze den nochmal hin Den setze ich jetzt in die Mitte So Pock Jetzt kriegt er von mir erst die Upgrades Und dann kriegt der Ne, nicht verbrennen sollst du die Du So Und eine Axt Waiting Auf was? Bitte Du hast zu tun Okay, nochmal Was hast du da jetzt für einen Chopper? Stone, ne? Den Genau, den Stone Und was für eine Axt hat er? Eine Stone Okay Das weiß ich Der kann nur mit einer Stone-Axt arbeiten So Also nochmal Ein Upgrade Noch ein Upgrade Noch ein Upgrade Noch eins Und noch eins Jetzt hat er auch nur eine Seite offen, ne? Ich verstehe dieses Gerät hier nicht Ich verstehe dieses Gerät hier nicht Jetzt haut er die ab Ist das doch nur nach vorne? Ich weiß das nicht Range 7 Steht auch nicht wirklich viel drüber Range 9 Jetzt ist er da Range 11 Ich hab ne Vermutung Haben wir noch ne Erde? Ich glaube hier Ich glaube nicht Doch, ich glaube ich hab ne einen Ja, ich hab ne einen angesetzt hier Ich setz mal noch mehr an Ich hab ne Vermutung Ja Ja